Ich möchte mich gerade von der Welt für einen Gallerie-Headsport-Kurs suchen, weil das gesamte Orchester sehr häufig auch in offiziellen Zeremonien hochzulassen und entwechselt. Sie sind aber auch die Speerspitze der britischen Armee als moderne Ausklärungseinheit beim militärischen Konflikt. Zwei prominente Mitglieder gehören auch in das Regiment, Prince William und Prince Harry. Auf der Burg haben Sie gehört und auch gesehen einige Mitglieder des ältesten Regiments der Königin Mutter von The Pipes and Drums of the London Scottish Regiment. Die höchsten Anforderungen werden gestellt an die Mitglieder des Drillteam. Sie nehmen Apparaten fest an besonderen Veranstaltungen auf dem Campus der Universität Norwich in den USA teil. Sie gehen dann auch als Brückenstück der ältesten privaten Militärschule der Nation. Als Team wird sie ganz sicher auch begeistern. Ich glaube nicht, dass man erinnern kann, wie viel Training das da dahintersteckt. Für mich ist es absolut die sympathischste Art von uns unter Wachen umzugehen. Die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020